Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt hier zu einem kurzen Ausblick über die Zukunft der Marke Dacia. Wir sind hier in Paris und schauen uns aktuell das neue Line-Up an. Wir schauen uns die Konzeptstudie Big Star an und es gibt ein komplett neues Konzept der Marke. Wir schauen einmal, was das aktuelle Line-Up hergibt. Wir haben von einem Modell, das es bei uns nicht gibt, nämlich dem Logan, über die gesamte Modellpalette hier alle Fahrzeuge einmal stehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zum ersten Modell. Das Einstiegsmodell bei Dacia ist der Sandero. Auch der hat jetzt sozusagen ein neues Farbschema bekommen. Wir sehen hier ein schönes Uni-Grau. Wir haben standardmäßig immer LED-Scheinwerfer bei allen Modellen. Und neu ist jetzt die Front hier mit einem neuen Grilleinsatz und dem neuen Logo, das ein Link darstellen soll. Das heißt, eine Verbindung von Menschen oder mit der Marke. Das alles soll ein bisschen miteinander verknüpft werden und eben auch dem digitalen Zeitalter natürlich auch entsprechen. Der Sandero startet bei 9.600 Euro in der Basis. Es gibt die Ausstattungslinien Access, Essential und Expression. Das sind drei Line-Ups. Bei den Motoren gibt es einen 65 PS Basisbenziner, Saugmotor, Dreizylinder. Und dann gibt es noch zwei Turbo-Benziner und zwar TCE 90 mit Handschaltgetriebe und TCE 90 mit einem stufenlosen Automatikgetriebe sowie einen Autogas-Variante mit 100 PS Leistung in der Spitze. Als nächstes gehen wir dann zum Duster. Der Duster ist wohlgemerkt die Cash Cow auch hier bei Duster und ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, ich glaube, everybody's darling. Als SUV natürlich sehr gefragt. Jetzt auch noch mal eine Modellpflege erst kürzlich erhalten. Auch hier mit LED-Scheinwerfern, neuer Lichtgrafik in den Scheinwerfern. Auch hier haben wir wieder den Fronteinsatz jetzt bekommen mit dem neuen Logo. Und wir haben auch hier eine neue Lackierung, ein eher schlichtes Uni-Grün. Ich finde, das steht dem Duster ganz gut auch mit diesen silbernen Elementen hier in der Ausstattungslinie Journey, die hier die höchste Ausstattungslinie darstellt. Den Einstieg bildet ein 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 90 PS. Darüber rangiert das Autogas-Modell mit 100 PS. Und dann gibt es noch die 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbomotoren aus der Kooperation mit Renault und Mercedes. Die leisten dann 130 PS oder 150 PS. Die Top-Variante mit 150 PS gibt es dann auch als Allrad-Version oder aber mit einem Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Stufen. Zudem gibt es auch den Duster als einziges Duster-Modell derzeit noch mit einem 1,5-Liter-Turbodiesel und 115 PS. Darüber gibt es dann ein neues Modell und das ist der Duster Jogger. Den Duster Jogger hatte ich euch auch schon hier auf dem Kanal vorgestellt. Und er ist das im Grunde genommen perfekte Familienauto, das Duster derzeit im Programm hat. Sowohl als 5- als auch als 7-Sitzer erhältlich. Die 7-Sitze ganz vorteilhaft. Man kann die zwei Einzelsitze perfekt rausnehmen, hat dann einen vergrößerten Laderaum. Und unter der Motorhaube gibt es zwei 90 PS Triebwerke mit 1 Liter Hubraum, 3 Zylinder natürlich. Und es gibt dann noch eine 110 PS Variante, ebenfalls der 1 Liter 3 Zylinder-Turbobenziner. Diesel gibt es hier nicht, dafür aber für Sparfüchse eine Autogas-Variante mit 100 PS Leistung. Da fehlt doch noch sowas, also schauen wir uns noch den Sandero Stepway an. Der Duster Sandero Stepway hat ebenfalls die neue Front bekommen mit dem neuen Logo. Und hier sehen wir sogar auch, dass der Stepway mit den Offroad-Beplankungen, die wir hier haben, dem Jogger eben ähnelt, beziehungsweise der Jogger hier auf der Stepway-Variante aufbaut. Und auch dieser hat nämlich die flexible Dachreling, die wir hier oben haben, die ganz einfach ummontiert werden kann. Man braucht da einfach nur noch einen Schraubenschlüssel. Auch hier wieder eine neue Farbe. Wie wir sehen, auch beim Duster und beim Jogger, das ist so ein bisschen matschig grün. Ich finde, es steht hier ebenfalls gut. Auch hier haben wir wieder die silbernen Applikationen des Top-Modells. Was wir hier haben, das ist nämlich der Expression Plus genannt. Bei den Antrieben gibt es hier beim Stepway übrigens nur 90 PS und 100 PS als Eco-G genannte Autogas-Variante. Aber es fehlt sogar noch einer und zwar der vollelektrische Dacia Spring. Der Dacia Spring ist die vollelektrische Variante hier des Renault-Quit genannten chinesischen Modells. Und nachdem man in China schon so viele Fahrzeuge produzieren konnte, hatte man die Möglichkeit, aufgrund der Skaleneffekte schlicht und ergreifend ein günstiges Modell hier nach Europa zu bringen. Und das ist hier der Dacia Spring. Wir müssen nicht darüber reden, er ist relativ einfach gestrickt mit 45 PS maximaler Leistung, einer Batterie von 26,8 Kilowattstunden, Reichweite 230 Kilometer. Und optional gibt es einen CCS-Ladeanschluss, der sich im ebenfalls hier neuen Kühlergrill-Einsatz befindet, in der Mitte also ein sogenannter Nasenlader ist. Die Ladezeit ist aber auch wirklich lang, also hier ist es dann schon eher eine Schnarchnase. Wir müssen aber sagen, das Fahrzeug geht einfach darum, einfach wirklich günstig von A nach B zu kommen. Günstig ist er allerdings nicht mit einem Einstiegspreis von über 22.500 Euro vor Abzug sämtlicher Förderungen. Und das haut dann schon ganz schön rein. Aber jetzt erkennt ihr sozusagen das aktuelle Line-Up. Und ich würde mal sagen, jetzt werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft von Dacia. Das erste Fahrzeug, das Dacia jetzt vorgestellt hat und das auch wirklich so wahrscheinlich zu rund 90 Prozent kommen wird, steht hier. Das ist der Dacia Bigster. 4,60 Meter lang ist er und er zeigt auch hier schon ganz neu eine neue Leuchten-Grafik, die wir hier haben. Voll-LED-Scheinwerfer wird er mitbringen. Die werden wahrscheinlich so aussehen wie bei den aktuellen Modellen von Jogger und Sandero. Aber dieser beleuchtete Kühlergrill, das könnte in der Tat ein neues Design-Element sein, was Dacia hier mitbringen wird. Ein weiteres Thema sind recycelte Kunststoffe. Aus diesen bestehen unter anderem diese Beplankungen, die wir hier haben. Auch diese werden es sehr hohe Wahrscheinlichkeit in das Serienmodell, was dann nächstes Jahr folgt, finden. Unter der Motorhaube können wir einfach mal spekulieren, denn das Fahrzeug basiert auf der CMF-B genannten Plattform der Renault-Mutter. Und das bedeutet, dass wir hier dieselben Antriebe wie wahrscheinlich im Duster draufsetzen können oder beziehungsweise aus dem Renault-Captur. Somit sind Antriebe bis zu 160 PS Leistung ohne Probleme möglich und es wird den Bigster bestimmt dann auch als Vollhybrid-Variante geben. Ob der Plug-in-Hybrid kommt, das steht noch in den Sternen, bezweifle ich persönlich. Denn ein Plug-in-Hybrid ist einfach zu kostenintensiv, würde zu hohe Kosten für den Endnutzer bedeuten. Und genau das wäre ja gegen die Mentalität von Dacia. Was es allerdings übrigens auch geben wird, für den Jogger wird es die Vollhybrid-Variante aus dem Captur ebenfalls demnächst geben. Also auch hier gibt es nochmal Entwarnung für jemanden, der etwas mehr Leistung bräuchte. Das heißt, wir werden uns hier beim Leistungsspektrum wahrscheinlich bei 100 bis ungefähr 160 PS bewegen. Am Heck sehen wir dann auch hier wieder eine neue Leuchtengrafik, Voll-LED-Rücklichter, auch hier Voll-LED-Scheinwerfer an der Front. Und auch hier das beleuchtete Dacia-Logo wird es so wahrscheinlich nicht geben, sondern das wird es dann eher so geben wie bei den anderen Modellen aus der Ist-Zeit. Das hier ist jetzt noch nahe Zukunft, aber Dacia möchte uns ja auch schon ein bisschen einstimmen auf das, was man so vorhat. Und das sehen wir dann beim Dacia-Manifesto genannten Konzeptstudie, die wir uns einmal so ganz kurz ansehen können. Und hier ist die Sensation aktuell und zwar der Dacia-Manifesto. Wie wir sehen, ein durchaus sehr skurriles Gefährt, was wir haben. Ein Zweisitzer, so wie es auch ausschaut über den Antrieb, wurde nicht gesprochen, eine vollelektrische Variante. Wir haben hier einfach nur mal eine Konzeptstudie zum Spielen der Marke. Das soll hier einfach noch ein paar Sachen aufzeigen, was man in der späteren oder in der nahen Zukunft irgendwann mal umsetzen könnte. Es geht hier um Nachhaltigkeit durchaus. Wenn wir da einfach mal genauer schauen, Nachhaltigkeit wird hier in dem Fall umgesetzt. Wir haben recycelte Kunststoffe auch hier an den Radläufen unter anderem verbaut, die wir schon beim Bigster-Konzept gesehen haben. Dann haben wir hier Reifen, die aus recycelten Gummi wiederhergestellt wurden. Das sind schlauchlose Reifen, das sind luftlose Reifen. Das heißt also, hier kann man halt schlicht und ergreifend so ein bisschen Outdoor erleben. Outdoor ist auch ein wesentlicher Part der Thematik, die Dacia eben bespielen möchte. Das Auto soll robust sein. Es soll von den Kosten her erreichbar sein für die Leute. Und es soll halt auch einfach praktikabel sein. Praktikabel sind die Details, die wir im Innenraum dann haben, wie einzelne Clip-Up-Möglichkeiten von Devices oder Getränkeboxen. Was wir zum Beispiel auch sehen werden dann im zukünftigen Dacia Duster, der etwa 2024 zu den Händlern kommen wird, beziehungsweise auch dann vorgestellt wird. Wir sehen hier am Heck auch eine komplett neue Grafik. Das heißt, hier sehen wir auch wieder das beleuchtete Dacia-Logo. Und das Dacia-Logo so beleuchtet haben wir eben auch bei der Konzeptstudie Bigster gesehen. Beim Bigster ist es eben auch so ein Thema, ist es seriennah oder nicht. Es wäre in meinen Augen sicherlich umsetzbar, aber da geht es halt um Regularien, die das Ganze dann aufweisen. Wir sehen hier unten tatsächlich eine Powerstation mit 2250 Wattstunden, die wir hier haben. Also das sind die Akkupakete. Somit wird das ganze Konzept-Car wahrscheinlich einfach elektrisch angetrieben. Hier oben haben wir eine Plattform, die als Workbench ausgenutzt werden kann. Man kann eben hier Sachen transportieren. Man kann sie darauf lagern. Man kann darauf arbeiten, wenn man outdoor unterwegs ist. Wir sehen auch hier oben auf der Dachkonsole einen flexiblen Dachträger mit einfachen Mitteln, Spanngurten. Kann man das Ganze dann entsprechend hier verzurren, was man mitnehmen möchte. Auch der Innenraum hier bietet die Möglichkeit, mit einfachen Sitzen zu arbeiten, was wir hier sehen. Unter anderem zum Beispiel hier diese Sitzeinlage-Matten, die wir hier haben, sind nicht einfach nur irgendwelche Matten, sondern die können rausgenommen werden, können dann als Schlafsack umfunktioniert werden und sind natürlich auch komplett abwaschbar, so wie dieser gesamte Innenraum abwaschbar ist. Oder besonders cool auch hier das Dashboard mit einer Mischung aus Kork und Recycled-Kork und Gummi, so dass man halt einfach relativ pragmatisch irgendwelche Infos dahin pinnen kann. Das ist sozusagen die Aussicht auf eine interessante Studie von Dachia, nämlich dem Dachia-Manifesto und auf so ein paar Sachen, wo man denn hin möchte. Nämlich eben, wie gesagt, Nachhaltigkeit soll drinnen sein, aber es soll bezahlbar sein, es soll robust sein und es soll halt einfach auch Spaß machen in der Freizeit. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch erst einmal nochmal kurz zum Dachia-Jogger zurück und wie der sich nämlich dann in der Gegenwart gibt und was in der Gegenwart auf uns so wartet. Wir sind wieder in der alten Welt angekommen, das sehen wir tatsächlich hier am aktuellen Dachia-Logo, das hier auf meinem Testwagen prangt, nämlich einem Dachia-Jogger. Auf meiner Strecke bin ich aktuell jetzt 1693 Kilometer mit dem Jogger gefahren und wie wir sehen, der Verbrauch lag bei sehr erfreulichen 6,2 Litern. Ihr habt jetzt schon bereits gesehen, was Dachia in Zukunft, in naher Zukunft und auch in ferner Zukunft so ein bisschen vorhat. Jetzt wollen wir natürlich eben noch den Blick auf die Istzeit werfen und die steht hier in Form des Dachia-Jogger-Extreme, den wir hier als Testwagen noch stehen haben. Und natürlich möchte ich euch ein paar Worte zu meinen Erfahrungen mit dem Wagen geben. Der Wagen lässt sich unheimlich harmonisch fahren, ist sehr komfortabel auch auf der Langstrecke. Ja, der Innenraumgeräuschpegel ist durch die Windgeräusche relativ laut, das Fahrzeug ist etwas hellhöriger. Der Dreizylinder, ein knurriger Kerl, läuft gerne etwas unrund im Leerlauf, hat aber genügend Kraftreserven auch auf der Autobahn. Einfach mal ein, zwei Gänge zu runterschalten, schön ausdrehen lassen und dann geht es auch munter und flott voran. Meine Geschwindigkeit lag auf der Autobahn so um die 140 kmh Reisegeschwindigkeit, wenn möglich. Und natürlich ist auch genügend Platz hier im Dachia-Jogger, weil wenn wir dann ihm hier hinten in die Heckklappe reinschauen, dann sehen wir, wir haben hier die Variante mit sieben Sitzen bekommen. Und da sehen wir schon, wenn das ein Siebensitzer ist, dann passen hier nochmal ungefähr so zwei Trolleys schön hintereinander bzw. aufeinander drauf. Und wenn wir eben die Sitzplätze im Alltag nicht benötigen, dann ist es einfach, die hier umzuklappen. Und das sehen wir auch, wenn das Laderaum-Rollot hier installiert ist, dann ist das auch immer noch kein Problem. Dann können wir diese Sitze auch einfach noch problemlos hier aufstellen. Und dann haben wir schon einen durchaus gut nutzbaren Kofferraum. Wenn dann noch diese Wanne hier rausgenommen wird, dann ist das Ganze auch recht eben. Und wenn euch das Ganze stört, die zwei Sitze einfach ausbauen. Die sind auch wirklich leicht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, noch die Rückbank umzulegen, auch so zu falten. Und dann habt ihr echt einen richtig großen Laderaum. Was man da rausbauen kann und dass Dachia auch hierüber nachdenkt, das seht ihr übrigens in einem weiteren Video von Paris, nämlich zum Ausbau, was Dachia demnächst vorstellt. Kommen wir noch einmal hier ums Auto herum. In Terracotta Braun steht da hier. Extreme ist das Sondermodell. Das sehen wir hier durch diese Carbon-angedeuteten Klebestreifen. Wir haben auch schwarze 16 Zoll Alu-Räder hier verbaut. LED-Scheinwerfer sind, wie gesagt, Serie. Und das ist ein echtes Highlight. Das konnte ich jetzt eben auch bei vielen Nachtfahrten feststellen. Die Reichweite ist wirklich gut von diesen LED-Scheinwerfern. Das Fernlicht wird über Glühbirnen umgesetzt. Finde ich etwas schade. Könnte man eigentlich auch nochmal anders umsetzen. Aber in meinen Augen reicht das Abblendlicht hier völlig aus. Zum Motor habe ich, wie gesagt, schon ein paar Worte gelagt. Jetzt kommen wir noch zum Preis. Der Einstieg beim Dachia Jogger liegt bei 16.100 Euro. Dann mit 90 PS als sogenannte Essential-Variante. Und wer jetzt hier den Xtreme Plus haben möchte mit 110 PS, Dreizylinder, Siebensitzer und Vollausstattung, liegt der Wagen dann tatsächlich bei 21.600 Euro. Das ist sogar verglichen mit dem Dachia, dass da etwas mehr Geld. Aber in meinen Augen immer noch ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir hier aufrufen können. Wie gefällt euch der neue Markenauftritt der Marke Dachia? Wie gefällt euch der Dachia Jogger? Welches wäre euer Lieblingsmodell im Dachia Programm? Und was sagt ihr zu den Neuheiten? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Tschüss und Servus, euer Ubi. Here weggenseite. Hier bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.